Was geht ab, meine liebe Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo nur wunderschöne Menschen anwesend sind. Hi, wow, siehst du heute wieder gut aus. Willkommen, Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin ein bisschen später am Start, Freunde, wenn wir auf die Uhr schauen, ich habe genau eine Woche verspätet und es tut mir leid, dass ich so später am Start bin. Aber wir geben uns noch einen neuen Song von Samra zusammen mit Lune, Lune? Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich kenne die Person nicht. Mann oder Frau? Ich weiß es nicht. Ich würde vom Namen eher auf eine Frau schließen. Nur Frau, falls jetzt doch ein Mann ist. Mit dem Song Kriminell. Produziert das Ganze von Lucas Piano und von Jumper und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch von meinen Homies bis jetzt noch Gutes drüber gehört. Ich habe den Song selber noch nicht angehört und ich würde sagen, wir hören jetzt zusammen rein, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir schauen ganz kurz rein. Video könnte wieder von Heiko Hammer sein, ist aber von Sergen und ich bin sehr gespannt, Freunde. Wir hören rein. Heute Nacht, dann drängen, Freunde, um 0 Uhr sind wir wieder hier. Wir haben uns versammelt an diesem Ort, wo wir die neuen Songs abchecken. Bowser und Juju werden wir heute Nacht abchecken, Edeln Pferd wird danach abchecken, 80 Karat und vieles weitere kommt heute und morgen online. Also lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und jetzt erst einmal Samra und Lune, Lune mit Kriminell. So gehe ich immer durch Hamburg, Freunde. Wenn ihr mich in Hamburg seht, ich gehe immer so, weil ich es auch einfach fühle. Okay, es ist eine Frau. Okay, hallo. Jim, mein Name Flo. Guten Tag. Damn, alright, damit habe ich nicht gerechnet. Ist französisch, oder, Freunde? Ich bin jetzt nicht gerade ganz dumm, das ist schon französisch. Oder ist das was ganz anderes? Es hat sich sehr nach französisch angehört, aber ich bin Sprachen so schlecht, Freunde. Abschlusszeugnis, Spanisch, hatte ich Real Talk. Ich glaube, ich hatte einen Punkt, ja, einen Punkt. Abschlusszeugnis, Spanisch, einen Punkt. Was beschreibt meine Skills ganz gut, Freunde, ja. Aber sehr, sehr schöne Stimme, sehr, sehr schöne Stimme. Hey, sehr schöne Stimme. Hat bis jetzt sehr gut reingefasst. Oh, Marilyn Monroe bietet sich so gut an zu reimen. Marilyn Monroe, kein Sand auf dem Konto. Geil, Mann. Bis jetzt nice, bis jetzt sehr, sehr nice. Ich finde, die Frau passt sehr gut hier rein. Und ich bin sehr gespannt, dass ihr noch einen eigenen Part habt. Hat und auf welcher Sprache der sein wird. Oder ob sie hier nur in Anfangstrichen die Hook macht. Rote Lippen, so wie Marilyn Monroe. Damals hatte ich kein Sand auf dem Konto. Hör auf dir alles, was du willst, weil du's wert bist. Doch du sollst wissen, Baby, wir sind nicht unsterblich. Pinke Fingernägel auf dem schwarzen Abzug. Jeder Schritt, den du gehst, wie ein Schachzug. Okay, ey, ich finde das nice. Wir haben gerade in den Adlips dieses sehr aggressive Gestriehene von Sam da drin. Und allgemein fühlt es sich an, als ob er hier so ein bisschen der Aggressivere wieder wird. Ich finde es gut bis jetzt. Pinke Fingernägel auf dem schwarzen Abzug. Jeder Schritt, den du gehst, wie ein Schachzug. Kriminell und zu verliebt. Asozial und aggressiv, denn die Narben sitzen tief. Schwarze Herzen, Baby, du bist nie mehr einsam. Oh, sie dubbelt das jetzt. Sie dubbelt das. Das ist geil. Heute Nacht wird unsere Kohle verdreifacht. Uh. Fahren über Rot in den Maibach. Und wir schießen im Vorbeifahren. Oh, von Lukas Piano hört man wieder hier im Beat die Elemente drin. Geil. Und wir schießen im Vorbeifahren. Oh. Ein Satz. Einfach reden wirklich drüber, Freunde. Pst. Pst. Sie passt sehr gut rein. So, jetzt muss ein Part von ihr kommen. Oh, okay. Ich kann nicht alles leider verstehen, gerade wegen der Aussprache. Ah, es ist aber eine Mischung. Es ist Deutsch und, ich weiß nicht, immer noch, es könnte immer noch irgendeine andere Sprache sein. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich finde das ist sehr, sehr nice, wie sie hier im Park gestaltet. Es ist sehr ungewohnt, weil sie komische Pausen setzt, finde ich, aber die sich irgendwie gut anfühlen, weil das sehr überraschend ist. Es ist nicht alles so 100% verständlich. Das wäre der einzige kleine Kritikpunkt gerade. Aber der Aufbau von ihren Part ist ungewohnt, aber ungewohnt gut. Diese kleinen Pausen, wisst ihr, wie ich meine? Man hätte das anders erwartet, aber sie setzt irgendwo anders eine Pause. Sehr ungewohnt, aber gut irgendwie. Na, das fühl ich nicht so. Das fühl ich nicht so. Diese ganz, ganz High Notes fühl ich gerade gar nicht, muss ich sagen. Hook ist gut. Ich hätte mir gewünscht, dass Summer vielleicht am Ende nochmal die Hook mitgedubbelt hätte. Sehr geil gewesen. Sehr geil gewesen. Aber sonst, der Beat ganz kurz auch nochmal eine 1 Plus hört man gerade. Ich sehe schon Lukas Piano, wie er hier das gerade einspielt, alles schön am Piano. Der kleine Pianese, zack, zack, zack. Ganz nice, Alter, ganz nice. Ihr Part 1, 2 Kritikstellen, das war sehr unverständlich. Ich weiß bis heute nicht. Ja, bis heute, Freunde. Das ist schon jetzt eine Minute her, als ich das gehört habe. Weiß ich nicht, welche Sprache da noch mit drin war, ob da eine andere Sprache mit drin war. Die Pausen waren ungewohnt, aber gut. Die High Notes haben eine, habe ich nicht so gefühlt. Das war mit zu viel Diskussion irgendwie, übers Ziel hinausgeschossen quasi. Aber ansonsten hat sie sehr gut reingepasst. Part von Samura war gut. Teilweise das Standardmäßige von Samura, aber teilweise auch nicht, finde ich. Und ja, die beiden kamen auf den Beat zusammen. Gut, Samura allgemein finde ich mit einer weiblichen Person im Track zusammen sehr stark immer. Und ich hätte mir am Ende noch gewünscht, dass ihr die Hooked vielleicht zusammensingen einmal. Hätte ich sehr gefühlt. Hätte mich sehr darüber gefreut. Aber gut, ansonsten, Freunde, war es das hier in dem Video. Lasst mir auch eure Meinung gerne rein zu Kriminell von Samura und Lune, Lune, Lune. Keine Ahnung. Daumen hoch, daumen runter, was sagt ihr, Freunde? Würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich bei meinem Video sehr über einen Daumen hoch freuen. Und vergesst nicht, heute 0 Uhr, abzutracken, Freunde. Bis dann, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.